Man kann davon ausgehen, dass wir nichts mehr machen werden. Man kann davon ausgehen, dass wir nichts mehr machen werden. Ja, ich meine beides. Also in beide Richtungen kann es immer noch mal auch kurzfristig einen Anruf geben. Aber wie gesagt, sowohl auf der Abgangsseite als auch auf der dazukommenden Seite gehe ich jetzt nicht davon aus, dass heute noch etwas passieren wird. Es ist ja unsere Aufgabe und auch unsere Pflicht, uns umzuschauen natürlich auch. Und natürlich haben wir das eine oder andere noch abgeklopft. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es wirtschaftlich dann doch auch nicht gepasst hat für uns. Also der, der uns qualitativ besser macht und auch noch Geld mitbringt, den haben wir nicht gewonnen. Ich habe das ja immer gesagt. Als Trainer ist es immer so, dass man natürlich immer Verbesserungsmöglichkeiten in jeder Mannschaft sieht. Das habe ich nicht exklusiv. Das wird jeder Trainer in seiner Mannschaft haben, wo man sagt, Mensch, da fehlt uns vielleicht das oder das Element. Aber ich weiß einfach auch, welche Möglichkeiten wir hier bei Werder Bremen haben. Und in dem Rahmen dieser Möglichkeiten bin ich mit der Mannschaft, die jetzt da ist, zufrieden. Ich finde eben halt auch, wenn man den Querschnitt der ersten vier Spiele sich anschaut, dann ist es so, dass zwar nicht alles perfekt war und dass wir auch eine ganze Menge Arbeit vor uns haben in verschiedensten Bereichen. Aber dass man trotz alledem auch sagen kann, dass wenn wir uns eben, und das ist das, was bei uns selbst liegt, an der Leistungsgrenze bewegen, entsprechend arbeiten, entsprechend weiterentwickeln, dass wir auch konkurrenzfähig sein können. Aber wir haben nun mal die Rolle, die wir mehrfach skizziert haben, nämlich die eines Aufsteigers, der eben halt auch jetzt nicht finanziell auf Rosen gebettet ist. Und in diesem Rahmen müssen wir uns bewegen und in diesem Rahmen kann ich damit auch leben. Was den Kader angeht, sind wir sehr zufrieden. Es war natürlich eine riesen Herausforderung auch für uns als Aufsteiger, wenn man auch, ich kann mich da auch nur wiederholen, die wirtschaftlichen Mittel auch bedenkt. Und ich glaube schon, dass das Ziel, was wir hatten, auch eine Karte zusammenzustellen, das haben wir auch im letzten Jahr schon gesagt, der entwicklungsfähig ist, einfach um auch Werte zu schaffen, aber auch einen Karte zusammenzustellen, der von einem hohen Konkurrenzkampf eben auch lebt. Und ich glaube schon, dass uns das gelungen ist. Und man muss natürlich auch sagen, in der vergangenen Woche haben wir natürlich auch gesagt und wurde uns allen auch gesagt, wie toll und schön alles ist. Wir wissen, das auch richtig einzuordnen, weil wir eben auch wissen, wir sind Aufsteiger. Es wird Höhen geben, es wird aber auch Tiefen geben in diesem Jahr. Und von daher überrascht uns das nicht, wenn wir gegen eine Top-Mannschaft wie Eintracht Frankfurt eben auch verlieren.